Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch regelmäßig neue Videos von mir. Wundert euch nicht, dass es heute bei mir so ein bisschen finster ist im Hintergrund. Ich habe nämlich alle Jalousien runtergelassen, alle Vorhänge zugezogen. Es ist heute nämlich richtig, richtig warm bei mir. Deswegen halt auch der etwas sommerliche Zopflook. Normalerweise trage ich ja die Haare lieber offen, aber ich sage mal, jeder Frisurversuch heute ist absolut missglückt, weil ich einfach, ja, es ist zu warm, ich schwitze und die Locken halten nicht und so weiter. Deswegen, ja, sehe ich heute mal etwas anders aus. Nichtsdestotrotz komme ich mit bekannten Inhalten zu euch, denn ich war mal wieder einkaufen. Ich war bei DM und habe einige schöne Produkte besorgt und die möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Fangen wir an mit einem Produkt, das ihr schon kennt. Das habe ich gleich zweimal mitgenommen und zwar von Baleat, das Vitamin C Sugar Scrub. Ich liebe dieses Peeling total. Es ist ein mechanisches Peeling, wollte ich nur darauf hinweisen. Falls ihr keine mechanischen Peelings mögt, dann ist es nicht das richtige Produkt für euch. Für mich ist es allerdings zu 100 Prozent das absolut richtige Produkt. Ich liebe dieses Peeling. Es riecht fantastisch nach Orange. Wenn man sich die Lippen damit peelt, schmeckt es auch wie Orangenmarmelade und es hinterlässt halt einfach so ein richtig schönes, tiefenreines, gereinigtes Gefühl. So alle Hautschüppchen sind wegmassiert worden. Richtig, richtig toll. Also ich kann euch dieses Peeling wirklich nur sehr ans Herz legen. Zwei Anwendungen für 95 Cent kann man auch preislich überhaupt nichts zu sagen. Ich mache das regelmäßig etwa zweimal die Woche und ich liebe das Produkt total. Ich muss es deswegen natürlich auch regelmäßig nachkaufen, damit es mir bloß nicht ausgeht. Dann habe ich mir mitgenommen von Donto Dent, also der Eigenmarke, was Zahnpflege angeht, von DM, die Interdentalbürstchen. Das sind die Mikrofeien mit 1,8 Millimeter. Die brauche ich für manche Zahnzwischenräume, denn ich habe einige Zähne, die stehen richtig, richtig eng und da komme ich mit den etwas breiteren Interdentalbürstchen gar nicht zwischen. Mit denen hier funktioniert das allerdings richtig gut. Und natürlich muss man die auch regelmäßig austauschen. Und deswegen habe ich mir halt mal wieder eine Packung Interdentalbürstchen gegönnt. Von den anderen etwas breiteren habe ich noch welche, aber die sind mir halt mal wieder ausgegangen. Und deswegen habe ich sie mir nachgekauft. Dann habe ich mir mitgenommen Reinigungstücher von Balea für trockene und sensible Haut. Habe ich beides zwar nicht so krasse Probleme mit, aber ich habe bemerkt, dass wenn ich Reinigungstücher verwende, dass halt diese für sensible Haut irgendwie ja doch den angenehmsten Duft haben und auch irgendwie schön intensiv reinigen. Ich mag die wirklich sehr gerne. Ich verwende zwar zu Hause relativ wenig diese Reinigungstücher, aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder wenn ich hier an meinem Tisch so ein bisschen mit Make-up experimentiere, dann habe ich ganz gerne was, womit ich dann halt spontan Make-up-Unfälle und so weiter abwischen kann. Dafür eignen die sich wirklich ziemlich gut. Ansonsten für die normale Abschminkroutine würde ich euch nicht unbedingt Reinigungstücher empfehlen. Also es ist besser als nichts. Also auf keinen Fall irgendwie mit Make-up ins Bett gehen, auch wenn es noch so spät geworden ist. Also wenn man dann nur so ein Tuch zur Hand hat, ist es auch in Ordnung. Aber normalerweise würde ich euch empfehlen, nehmt euch ein paar Minuten Zeit abends, um das Make-up wirklich richtig vom Gesicht zu bekommen. Aber wie gesagt, besser als nichts ist so ein Tuch alle Male. Und wenn es einfach mal schnell gehen muss oder man unterwegs ist, kann man sich diese Tücher durchaus mal in die Tasche stecken. Ich habe mir dann noch mitgenommen von GUL die 30 Sekunden Intensivkur Feuchtigkeit. Das ist ein Haarpflegeprodukt, das ich auch schon öfters gekauft habe in verschiedenen Varianten, mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Gefällt mir gut, also ist wirklich ein schönes Produkt, macht die Haare sehr weich, sie fühlen sich danach toll an. Man kann sie kämmen, ohne dass irgendwie was verknotet ist und so weiter und sie glänzen auch schön. Also wirklich ein sehr schönes Haarpflegeprodukt. Und auch das ist gut für unterwegs. Ich meine, momentan ist ja noch Sommer, vielleicht verreist ihr noch. Also so eine 100ml Tube lässt sich halt auch ganz gut mal im Koffer verstauen. Anstatt wenn man jetzt so eine riesengroße Spülung mit irgendwie 400ml oder so einpackt, das will man ja nicht empfunden. Gibt es 400ml Spülung? Bestimmt, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ich muss mal auf meine Spülung gucken, wie viele Milliliter da eigentlich drin sind. Auf jeden Fall bin ich mit dem Produkt ziemlich zufrieden. Die Größe ist auch gut. Ich bin momentan sowieso sehr, sehr begeistert von GUL-Produkten. Ich verwende auch die Shampoos und bin da echt zufrieden mit. Und auch halt die Pflegeprodukte sind wirklich sehr, sehr gut. Gut, dann habe ich mir mitgenommen... Ui, ihr hört vielleicht meinen kleinen Hund im Hintergrund. Der möchte natürlich auch gucken, was ich hier eigentlich mache. Ja, momentan ist es warm, es ist Sommer und man braucht natürlich auch Deo Spray, damit man ja angenehm riecht und auch nicht irgendwelche Flecken an der Kleidung hat. Deswegen habe ich mir ein Rexona Deo mitgenommen. Hier mal wieder von meiner Lieblingssorte aktuell, der Limited Edition Summer Moves. Das ist die hier mit diesen orangenen und gelben Streifen und diesen Blättern drauf. Mag ich total. Also der Duft ist ganz, ganz fantastisch. Ich werde auch wirklich versuchen, jetzt im Sommer sehr viele von diesen Deo Sprays zu kaufen. Einfach damit ich die auf Vorrat habe, damit ich die dann auch im Herbst oder vielleicht sogar noch im Winter, je nachdem, wie viel ich davon kaufen werde, verwenden kann, weil es wirklich ein super, super toller, angenehmer Duft ist. Und da brauche ich eigentlich fast schon gar kein Parfüm mehr, wenn ich dieses Deo trage, weil das einfach so ein toller, frischer, sommerlicher Duft ist, der mich total begeistert. Also da hat wirklich Rexona für mich ein absolutes Top-Produkt für diesen Sommer auf den Markt gebracht. Naja, ich sage mal, weil man im Sommer ja auch ein bisschen mehr Deo braucht, habe ich mir auch gleich noch ein zweites Deo Spray mitgenommen. Dieses Mal habe ich mich entschieden für das Nivea Black & White Invisible Clear Deo entschieden. Ich kenne halt Invisible Clear Deos von Rexona und war mir jetzt nicht ganz sicher, ob mir das gefallen wird, aber das war halt im Angebot für 1,85. Und da werde ich mal gucken, wie mir das auf dem Duft gefällt. Oh ja, das riecht angenehm. Das riecht ja nicht so intensiv, recht neutral und hat diesen leichten Nivea Duft mit drin. Ihr kennt bestimmt diesen ganz einzigartigen Duft von Nivea Cremes. Der ist da so ein Hauch mit drin, also nicht so intensiv und hervorstechend. Aber wenn mir das jemand so unter die Nase halten würde, würde ich darin definitiv ein Nivea-Produkt erkennen. Das finde ich wirklich sehr schön. Werde ich mal ausprobieren, ob das gut funktioniert, ob mir das genauso zusagt wie die Deos von Rexona, mit denen ich ja wirklich hundertprozentig zufrieden bin. Und für den Preis wollte ich das halt jetzt einfach mal ausprobieren, weil Deos Sprays sind ja wirklich auch echt ganz schön teuer geworden. Einige Sorten von Rexona kosten sogar irgendwie jetzt schon 3,50 Euro um den Terrier. Und das finde ich für einen Deos Spray halt wirklich sehr, sehr heftig. Deswegen kaufe ich aktuell lieber dann im Angebot Produkte, damit ich halt nicht Unmengen an Geld dafür ausgebe, weil man braucht Deo ja. Also ich würde sagen, das ist ein Produkt, was absolutes Must-Have ist. Mal gucken, ob ich das denn auch auf meine Must-Have-Liste schreiben werde oder tendenziell doch eher bei den Rexona-Produkten bleiben werde. Dann habe ich mir mitgenommen, wie auch immer, wenn ich bei DM bin, genauso wie mit dem Peeling, das kaufe ich ja auch so gut wie immer, wenn ich bei DM bin, habe ich mir mitgenommen das 2-in-1 Locken Styling Spray. Das kann ich euch auch total empfehlen. Ich mag normalerweise nicht so gerne 2-in-1 Produkte. Ich bin halt eher so ein Fan von Produkten, die halt genau eine Wirkung haben, aber von dem hier bin ich zu 100% überzeugt. Es ist halt ein Hitzeschutz-Bray, das man definitiv verwenden sollte, wenn man sich die Haare föhnt und stylt. Und auch jetzt im Sommer, wenn die Sonne so richtig ballert, ist es für die Haare ziemlich gut, wenn man ein Hitzeschutz-Bray verwendet. Also wenn ihr euch irgendwie in die Sonne legt, um irgendwie ein bisschen zu chillen und eure Haare sind der prallen Sonne ausgesetzt, ist es auf jeden Fall echt gut, wenn man so einen Hitzeschutz bewährt, weil auch draußen von der prallen Sonne können echt hohe Temperaturen auf den Haaren herstellen, gerade wenn ihr dunkle Haare habt. Deswegen Top-Produkt auch für den Sommer für Styling. Und wenn ihr halt auch euch ein paar Locken machen wollt oder Wellen oder irgendwie sonst was, dann ist es auch ein tolles Produkt. Also ihr könnt das tatsächlich als einziges Styling-Produkt verwenden. Wenn ich intensive Locken haben will, dann nehme ich immer noch mit dem Spritzer von dem Gart-Kur-Festiger, einfach damit die Locken noch ein bisschen intensiver sind. Aber auch das hier reicht schon aus, wenn ihr ein bisschen Styling machen wollt. Es kostet 1,95 Euro, ist super, super günstig für das, was es ist. Also halt ein Hitzeschutz-Bray kombiniert mit Styling. Es riecht fantastisch und die Haare fühlen sich danach richtig, richtig gut an. Also sind auch nicht verklebt oder irgendwie... Ja, nach manchen Styling-Produkten fühlen sich die Haare ja auch irgendwie so pappig an und sowas. Das passiert hier absolut nicht. Und deswegen klare Empfehlung davon. Ebenfalls empfehlen würde ich euch diese Mascara von Catrice. Die kostet 3,95 Euro und ist definitiv für mich ein High-Class-Produkt. Obwohl es ein vergleichsweise günstiges Drogerie-Produkt ist. Aber diese Mascara ist einfach unglaublich gut. Ich habe die schon zigmal gekauft und werde sie auch zigmal wieder nachkaufen. Ich finde, Catrice hat sowieso momentan richtig, richtig gute Mascaren. Auch diese Glamdol-Mascaren bin ich totaler Fan von. Die hier ist wirklich fantastisch. Sie macht lange, voluminöse Wimpern, aber verklebt nicht. Und die Wimpern bröckeln dann auch nicht. Ihr kennt das vielleicht, dass bei manchen Produkten dann so ein bisschen so schwarze Frühmilchen runterrieseln und sich hier unter den Augen ansiedeln. Dann sieht man irgendwie aus wie ein bisschen ein Waschbär oder sowas. Und das muss man natürlich echt nicht haben. Und diese Mascara macht das eben nicht. Und dafür auch tolle, tolle lange Wimpern. Also wenn ihr mal eine wirklich, wirklich gute Drogerie-Mascara ausprobieren wollt, die auch noch unter 5 Euro kostet, kann ich euch die ganz, ganz klar ans Herz legen. Die ist mega gut und wie gesagt, habe ich schon unendlich oft gekauft und werde ich auch, solange es sie irgendwie in der Drogerie gibt, definitiv auch nachkaufen. Kommen wir auch schon zum letzten Produkt vom heutigen DM-Hall. Da habe ich mir was mitgenommen für den Haushalt. Und zwar von, ja, denk mit, den Duftspüler Aqua Trio. Ja, halt für die Toilette. Ich mag das halt einfach, wenn man irgendwie so einen schönen, frischen Duft hat. Und ja, ich mag das auch ganz gerne, wenn irgendwie das Toilettenwasser blau ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nur so ein psychologischer Effekt ist, weil bei mir im Bad sowieso alles blau und türkis ist. Und ich dann das möchte, dass das irgendwie alles so schön blau und frisch ist bei mir im Bad. Ich vermute mal, dass das einfach bei mir irgendwie diese, diese Denkweise ist. Ich mag auf jeden Fall den Duft wirklich ziemlich gerne. Die sind auch nicht so teuer. Ist auch gleich ein Dreierpack. Kann man sich mal gönnen. Und ist halt mindestens genauso gut wie die deutlich teuren Produkte. Zum Beispiel von WC-Ente. Und ich sage mal, dafür, dass man nur ein bisschen frischen Duft haben möchte und ein bisschen blaues Wasser. Dafür braucht man dann nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. So, das war es auch schon wieder mit meinem DM-Haul. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder bei einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis. Bis dahin, eure Ramis.